Ich habe hier so eine Stylisch-App. Warte mal. Auf meinem Tablet. Auf deinem Tablet. Oh, Webseiten nicht verfügeln. Achso, ich habe hier... Auf deinem Essenstablett oder was? Ja. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge dieses erfolgreichen Let's Plays. Zusammen mit dem Nick. Ja, hi. Was lass denn du da, wenn ich erfolgreiches Let's Play sage? Nee. Nur so? Ja, nur so. Ja, wie? Wir haben kein Cobblestone mehr. Ja, wie? Ich habe 33 im Inventar. Ja, wie? Du hast 33 im Inventar. Ja, wie? Die heißen übrigens Bruchsteine, ja. Trau mal den Bruchsteine her. Was für eine Scheiße. Wie konnten die das umwinnen? Keine Ahnung. Wurf bei Mojang an. Beschwerdich. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich den Weg hier mal einheitlich gestalte. Hm. Was könnte ich denn machen in der Zeit? Ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte ein bisschen Zeug hinschmeißen. Hier. Cool. Neues Achievement. Ja? Ja, nur wegen mir, ja. Ja, da ist, äh... Das hier ist verkehrt. Alter. Oh, Gott. Ah, ich könnte das machen hier. Hey! Hm? What the fuck? Ich bin hier am Arbeiten. Ähm. Ich weiß zwar nicht, ob das so gewollt ist. Ja, äh, 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 ja. Hier noch und über die Tür noch zwei. Und dann hier noch eine und da noch eine. Wie meinst du hier? Also da, da, da? Ja, und da, genau. Und noch nach oben. Und, äh, da auch noch. Hier, 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 hier. Ah, ne, da, da. Oh mein Gott. Also der kommt weg, ne? Uh, und hier kommt dann eine, ähm, Glasfront oder was? Ja. Aber ich glaube, hier oben mache ich auch noch so eine Zeile über. Mhm. Ach so, ja, Sand, äh. Ja, Sand, hm. Was ist das? Ja, wirklich. Ja, da vorne ist, äh, See, Meer, Bach, keine Ahnung. Und da ist, und da ist Lava. Ja, das, also die Lava bleibt auf jeden Fall. Für Obsidian. Heißt das bloß im Englischen so oder auch, äh, hier im Deutschen? Keine Ahnung, also Obsidian war schon immer Obsidian, ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch schick geändert haben, oder? Vielleicht heißt Obsidian jetzt, keine Ahnung. Oh, die ganzen, die ganzen, die ganzen Dinge hier abschlachten. Kann man Obsidian umbenennen? Ja. Eigentlich nicht. In was denn? Äh. Schwarzer Stein. Ja, ja, zum Beispiel. Schwarzer, schwarzer, schwerer Stein. SSS, ja? Ja, Gott sei Dank, SSS, und nicht SS. SSS, SSS. Wie, du haust schon wieder ab, Alter? Ja, nein. Abschluss 26. Glaubt, es reicht. Ich hoffe, es reicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht, aber... Warum haust du dann wieder... Ja, egal. Oh, Mann. Ich sag doch, produktiv. Das Textur-Pack ist so hässlich, wa? Guck, da fand ich es so benutzt. Ich habe, Moment. Ich kann mir hier ein bisschen Produktplacement geben. Ähm. Equanimity.zip Was? Wenn dir das was sagt. Nein. Okay. Videobeschreibung, ne? Ja, ja. Ja, ja. So wie immer halt, ne? Ja, klar. Alles in die Beschreibung. Also, die Zuschauer können zwar gerade nicht sehen. Hm. Weil ich ja nicht aufnehme. Autsch. Jetzt bin ich dagegen gestoßen. Das war nicht so geschickt. Aber kann man ja alles im Nachhinein ändern. Sound editing for the win. Noch ein bisschen Sand holen. Irgendwie ist mir das hier zu offen. Zu offen. Ist das hier zu verarschen? Okay, das ist jetzt hier ziemlich hässlich, aber egal. Was denn? Ja, hier, der Strand. Achso. Der hat jetzt Strömung. Ja, kannst du. Was kannst du eigentlich? Mehr als du. Oh nein, ich habe kein Optifine. Die Fenster sind nicht einheitlich. Optifine, ja. Jetzt muss ich über eingehen. Videobeschreibung. Nö, gibt's noch gar nicht. Achso, stimmt. Wir spielen hier auf 1.7.8, ja. Ist ja brandneu. Ist ja mein Problem. Obwohl der Ofen in dem Texturumverkehr ist echt. Ja, in meinem sieht er aus, wie halt bei Specs aussieht, ne? Komm, mach schneller. Was machst du da gerade? Ah, ich kann auch noch ein bisschen hier... Moment, Moment, Moment. Erstmal Kohle noch und dann ein bisschen Sand. Alter. Aha. Produktivität. Ja. Ja. Wir könnten... Wir könnten schauen, wo Dings ist. Dschungel? Dschungel. Da hinten, oder? Wo? Da, die Richtung. Das sieht irgendwie so dschungelmäßig aus, diese Bäume. Äh, wir gehen erst mal ins Bett. Oder so. Na? Na? Jetzt. Was? Ja. Was? Autsch. Das hier sind ja diese schicken neuen Bäume mit dem dunklen Holz. Und die heißen? Frag mich, was reicht es? Okay. Hier ist auf jeden Fall Bambusch. Nee. Hier ist es nicht mal Zucker, oder? Ja, sorry. Aber es hieß, glaube ich, auch mal... Es hieß mal, ganz am Anfang hieß es Bambus. Fail. Fail. Auf jeden Fall. Also, als erstes hieß es ja Bambus, dann hieß es Zuckerrohr und jetzt heißt es, äh, Sugarcanes. Ja, da, ja, okay, das ist der Zuckerrohr. Ich weiß. Ich sehe ein Pilz. Ich sehe ein Pilz. Ich sehe mehrere Pilze, ich sehe auch einen großen Pilz. Die, die sind ja jetzt nicht mehr im Pilzbiom fest, sondern die wachsen ja jetzt hier überall. Ja, okay, die PC-Version ist ja schon ziemlich fortgeschritten. Gibt es eigentlich überhaupt noch dieses Pilzbio? Ich glaube schon, ja. Wo man so schöne Mushroom-Chaos und was finden kann. Also, ich zocke jetzt zur Zeit auch auf Xbox. Und da ist es ja ziemlich, äh, ja... Hinten da. Hinten dran, sag ich jetzt mal. Und da habe ich mein Haus in einem, ja, in zwei solche roten Riesenpilze gebaut. Riesenpilze. Ja. Warum bist du eigentlich hier so schnell? Weil ich sprinte. Und ich so lange. Weil du läufst? Nein, ich sprinte. Was? Ähm, wir kommen aber auch wieder zurück, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ähm. Und ich sehe einen Pilz. Am Ende ist es hoch. Ja, ich auch. Ja. Also, wir haben Schnee, wir haben... Äh, einen Berg und wir haben... Nichts. Und wir haben nur noch keinen Schuh. Oh. Oh, 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 oh. Or, oh, 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 oh. Das ist auch gerade so ein mega Lag. Ja. Okay. Ich glaube, mein nächster Server-Video war anders geholfen. Was? Ja. Ich dachte mir, ob hier mal was Neues aussieht. Hm. Aber das war wohl ein Satz-Mix. Ein Riesen-Loch hier. Das ist ein Ries-Loch hier. Alter, ich wäre jetzt fast reingepackt. Das wäre jetzt nicht so klug gewesen. Was ist hier? Nichts. Ey, das gibt's doch gar nicht. Nicht? Ja, bloß nicht hier. Oh, hier. Komm mal. Was soll der bist damit? Warum baust du ihn ab? Wir laufen mal wieder back. Schade, ich hab auch keinen Mod drauf, wo sich ein Baum gleich abbaut. Du musst den Baum per Hand abbauen. Oh Mann. Ein Mod, wo sich ein Baum gleich abbaut. Also, wenn du halt, äh, den unteren Teil anhittest und dann, oder wie, oder was? Ja, genau. Also, wenn du den unteren Teil abbaust, fällt der ganze Baum zu. Und die Bäume heißen, Moment, Moment. Das ist Darkwood. Das ist eine... Dark Oakwood. Darkwood heißt das bei dir? Dark Oakwood. Dark Oakwood, ja, ja. Dunkle Eiche. Ja. Sorry. Voll. Eine dunkle Eiche. Ja, wie sieht das eigentlich aus? Ich hab hier Oakwood und... Oh mein Gott. Schau dir das an. Schau dir das an. Oakwood. Dark Oakwood. Ich bin sprachlos. Sieht hässlich aus. Hässlich wie die Nacht. Ha, ha, ha. Ja. Ja, genau. Oh Mann. Huhn. Oh Mann, jetzt ist es tot. Ja. Schwein. Oh Mann, jetzt ist es tot. Schwein. Ähm. Wo ist denn... Das Haus? Hüpft... Hüpft mir hinterher. Aber natürlich. Wollen wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen? Na. Wir haben genug. Ich hab noch... Ähm... 60 im Winter. Ich hab noch... Wow. Wow. One Shot. One Hitte die Hühne. So wie ich das in Minecraft... In Minecraft, ja. Genau. So wie ich das in Battlefield auch immer gerne machen würde. In Battlefield. Ja gut, du musst nur zielen, richtig. Dann brauchst du noch einen Schuss. Ja, genau. Oder du schnappst hier ein RPG. Mit der AK-12. Ja gut, damit nicht. Obwohl, in Hardcore? Ne. Was? Auf den Kopf? Ne. Okay. Weil ich spiele ja in diesem Battlefield alle Waffen durch. Also alle Battle Packs, alles. Okay. Habe ich mir so vorgenommen. Also bis das nächste Battlefield rauskommt. Ja, das braucht ihr hoffentlich noch ein bisschen. Also die Domain ist auf jeden Fall schon weg. Ja, klar. Also, schätze ich mal. Naja, ein Jahr wird's dauern. Ja gut, bei Call of Duty kommt ja auch jährliches Update. Ja. Und das macht EA jetzt auch nicht anders. Ja. Weil du gerade sagst, bei Microsoft und weil du gerade von Xbox gesprochen hast und so. Wollte ich gestern ein Update machen. Ein Update? Ja. Xbox One. Ja. Und die Xbox One, das Update, hat super funktioniert. Dann wollte ich noch Spiele updaten. Und mach da einfach nicht. Okay. Ja, ich zock auf der Xbox One zur Zeit nicht. Ja, hab ich schon. Ja gut, es kommen halt noch keine Spiele, ne? Jo. Und das Glas ist schon gleich fertig. Wie zur Hölle macht man eine Karte? Eine Karte mit einem Kompass, glaub ich. Ah, jean. Und ein Kompass braucht Redstone, soweit ich weiß. Oh. Und so wie ich die Truhe sehe, hast du das noch. Achso, ich hatte hier so eine Stylisch-App. Warte mal. Auf meinem Tablett. Auf deinem Tablett. Auf Webseiten, ich verfüge. Achso, ich hab hier. Auf deinem Essens-Tablett, oder was? Ja. Kann man immer noch Hühner produzieren? Mithilfe von Eiern? Ja. Mit viel Glück anscheinend. Ja. Wow, wir nehmen schon wieder viel Zeit. Ah, kein Problem. So. Ich schau mal hier kurz auf der App. Das Papier. Das hier sieht doch aus wie eine Karte. Ja, genau. Man braucht einen Kompass. Und für den Kompass braucht man vier Eisen und ein Redstone. Also Eisen haben wir inzwischen. Ähm, ich kann hier noch alles in die Truhe ablegen. Wo. Außer mein Fleisch, oder so. Und mein Schwert, oder so. Ähm. Eine Truhe wäre nicht schlecht, Manu. Ja. Eine größere. Bing. Wie soll das bei dir jetzt bing gemacht? Weil ich, äh, zu nah dran stande und die Hälfte der XP bekommen habe. Ach, du Sack. Tja. Ich dachte eigentlich. Das zielte mir einfach die XP. Oh. Ich dachte jetzt eigentlich. Du tust denn Truhe machen, aber gut. Ja. Dann mach ich die Truhe. Hast du das Dark auch gut benutzt? Nein. Was? Ach so. Ah ja, stimmt. Das ist sehr hässlich. Ähm. Ach so. Gibt ja auch kein... Oh. Hm? Ich wollte jetzt eigentlich grad die Inventory Tweaks Mod benutzen, aber gibt's ja auch nicht. Inventory Tweaks? Ja. Ja. Ich bin ohne Mods so auch nicht. Das ist aber echt nicht gut, hm? Ja, gut. Also, ich würde jetzt sagen. Jo. Ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ey, meine Fresse geht das hier ratzfatz. Und... Also, ich und die Zuschauer, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich hau ab und bleib irgendwie, ja, hier. Ja, du bleibst vor der Pfeffer wechseln. Ja, okay. Das waren jetzt zwei Folgen mit mir. Ich denke, wir... Wann kommt die nächste Folge? Pff... Pff... Pfff... 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 Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Season 2. Bis dahin. Ciao. Ciao.